Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Wie angekündigt, heute der Minion-Bild Necromancer, von dem ich übertrieben überzeugt bin. Unglaublich viel Schaden, also dumm viel Schaden. Ich werde euch den Bild unten reinpacken. Der ist nicht von mir, der ist von Rob. Der ist 1 zu 1 nachgebaut. Es gibt aber 1-2 Sachen, die wichtig sind, die nicht in dem Bild stehen. Unter anderem, dass dieser Bild nur funktioniert, wenn ihr Level 88, 90 ungefähr seid. Weil gerade am Ende, das zeige ich euch gleich mal, im Paragom-Board einige wichtige Paragom-Knoten sind, ohne die der Bild leider nicht so gut funktioniert. Da gibt es genau eine Glyphe, die extrem wichtig ist. Die macht, dass der Bild exponentiell viel stärker wird. Jetzt habe ich gerade noch keine Minions. Ich hoffe, ich kriege hier gleich mal ein paar. Minions, hallo. Ich spiele hier übrigens einen 59er Dungeon. Das heißt, die Gegner sind easy 23 Level über mir. Jetzt habe ich hier mal meine ganzen Minions dabei. Und jetzt geht es ab. Also, das krasse ist halt, ihr habt die ganze Zeit das Leichenkranken oder Explosionen automatisch kommen. Ihr habt mit dem Barbarenherz, dass ihr zig Millionen an Schaden macht. Ihr könnt euch die Gegner durchsausen. Das macht alles gar nichts. Und die Minions machen halt so viel Schaden. Ich kann es gar nicht so genau erklären, woran es liegt. Aber ihr seht das ja, wenn das hier platzt. 2 Millionen, 3 Millionen ist alles einfach gar kein Problem. Es ist so viel Schaden, der dabei rauskommt. Und was ich extrem witzig finde bei dem Bild, ich habe bisher noch nie so ein Bild gespielt, wo ich gar keine Essenz brauchte. Also, ich habe nicht eine Attacke, die Essenz braucht. Ihr könnt völlig auf Kostenreduktion, könnt ihr ignorieren. Ressourcerzeugung könnt ihr komplett ignorieren. Death dürft ihr nicht ignorieren, weil sonst sterbt ihr, so wie ich jetzt hier gerade. Aber so viel Schaden, der dabei herumkommt. Und wenn ihr nicht gerade ein Dungeon macht, wo die Gegner 23 Level über euch sind, ist der auch noch extrem tanky. Ihr könnt einfach stehen bleiben und nichts machen. Und es macht einfach nichts. So muss ich jetzt gerade ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht draufgehe. Ihr könnt die Leichen, die auf dem Boden liegen, mit R2 in meinem Fall. Also mit Leichenexplosion auch noch selber machen. Machen, ihr könnt immer mal wieder so ein Knochengefängnis machen. Wahrscheinlich war es gar nicht Explosieren, es ist keine Explosionen, sondern dieser Typ hier, dieser Sniper. Ich sage es euch, der macht so viel Schaden. Der One-Hit-Hit euch aber ganz geschmeidig. Dieses Sniper hier, Niedergang des Graubereichs war vielleicht auch ein schlechter Dungeon, um das, den Bild zu showcasen. Weil diese Sniper, die One-Hit-Hit euch. Die Säcke. So, aber schon mal geschafft. Hier sind ja die... Also Niedergang des Graubereichs ist halt einer meiner Lieblings. Ich habe euch ja auch vor kurzem die Woche gezeigt, wie man Solo-Dungeons wiederholen kann. Könnte ich jetzt hier auch machen, aber ich will natürlich den Boss besiegen und ich muss auch ein paar Glyphen leveln. Also ich will den jetzt hier mal eben abschließen. Ähm, riesen... Also ich weiß gar nicht, wie Rob das immer macht, ne? Rob ist eine Legende, was Diablo angeht. Da glaube ich eigentlich lang. Äh, wie man auf so ein Bild kommt... Also es ist wirklich only Minions. Man macht nichts. Die Minions machen alles. Es ist so witzig. Und der Schaden ist halt so enorm. Ich glaube, weil... Jetzt beim Boss, ihr müsst auch darauf achten, wie viel Schaden da jetzt kommt, ne? So, einkesseln. Das erhöht dann den Schaden nochmal. Und dann werden gleich 2,8 Millionen bei einer Explosion. Und ich mach 12 Millionen! Ich mach halt nichts, ne? Ich hab einmal Knochengefängnis gemacht und einmal meine Ult. Man macht halt auch nichts. Es ist so dumm viel zu stark. Also der Bild, der ist unten auf jeden Fall verlinkt. Ich wollte nur auf eine Sache hier noch eingehen, ein Paragon-Board, wo ich glaube, dass das essentiell ist. Und das ist das hier, das letzte Paragon-Board mit Totenbeleber. Weil hier gibt es Bonusschaden für die Diener. Ja, und das ist, glaube ich, denke ich, extremst wichtig, hier diesen Totenbeleber mit drin zu haben. Für noch mehr Schaden. Und dafür das Ausbeuten, Paragon-Board ist bei mir noch gar nicht vorhanden. Das würde hier noch hinkommen für Ausbeuten. Da macht man gegen verwundbare Ziele noch mehr Schaden. Es ist komplett Basse, dieser Bild. Also spielt den auf jeden Fall nach. Wenn ihr mehr solchen Bild sehen wollt, ich überlege gerade, den Wirbelwind-Bild auch von Rob nachzubauen. Für den Barbaren, der soll wohl extrem krass sein. Schon ein bisschen angefangen. Wenn ihr das sehen wollt, schreibt es mir gerne unten in den Kommentaren. Ich würde mich sehr über ein Follow freuen, über ein Like auf dem Video. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.